Ja, mein Lieben, ich merke mich kurz hier zurück. Ich habe eigentlich das Level hier schon einmal aufgenommen, aber dann ist das Spiel mittendrin kurz vorm Ende abgestürzt. Und jetzt darf ich alles nochmal von vorne machen. Ach, ist das nicht herrlich. Ist egal. Ist nicht so schlimm. Das ist unglaublich, Commander. Der größte Teil Deutschlands ist befreit und sie konnten die Invasoren zurückschlagen. Machen Sie aber weiter Druck. Die Invasoren sammeln sich in der Nähe von Bern in der Schweiz. Wir wissen nicht warum, aber es könnte Ihr letzter Kampf sein. Wenn Sie kämpfen wollen, geben wir Ihnen die Chance. Schicken wir diese Alienfreaks mit eingeklemmten Schwanz wieder in die rote Zone zurück. Ja, das waren doch mal tolle Worte von dir. Jagen Sie die Invasoren aus Mitteleuropa, indem sie ihren Hauptstützpunkt im schweizerischen Bern zerstören. Alles klar. Nach einem verlustreichen Gegenangriff auf die außerirdischen Invasoren ist die neu formierte GDI endlich in der Lage, die Aliens ein für alle Mal aus Europa zu vertreiben. Die Entscheidung fällt in der Schlacht um den Hauptstützpunkt der Aliens im schweizerischen Bern. Die Invasoren haben Bern in eine lebensfeindliche Großstadtwüste verwandelt. Einen riesigen Sammelplatz für die Invasoren Mitteleuropas. Der Alienstützpunkt in den Ruinen der Stadt ist in drei Abschnitte unterteilt. Ein Hauptstützpunkt im Nordosten sowie zwei angrenzende Sekundärstützpunkte für die Produktion von Panzern bzw. Flughanheiten. Der Gesamtkomplex ist mit einem Tiberiumgürtel gesichert. Das wird ein heißer Tanz. Zerstören Sie den Hauptstützpunkt. Machen Sie keine Gefangenen. Damit ist jetzt Schluss. Neue Bauoptionen. Empfange Nachricht. Dieser Stützpunkt ist die letzte Festung der Aliens in dieser Region. Zerstören Sie ihn. Mache ich da gerne. Allerdings erst gleich. Ich habe diesmal zwei Tage. Also ich benutze kurz den Wirtschuss gleich. So. Hier melde ich mich wieder zurück. Ja. Ich habe fast alle Einheiten außer nur keine Mammutpanzer. Geil. So. Ihr könnt wieder sammeln. Funktionieren die Luftfilter? Wird gebaut. Bau abgeschlossen. So. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Also ich muss hier relativ schnell eine Verteidigung bauen. Ich war mal ein paar Raketenkriegsweich. Infanterie-Trupp bereit. Ich weiß, dass er auch mit vielen Flügeinheiten kommt. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Faktliche Einheiten. Aliens im Anflug. Holt diese Bieste vom Himmel. Einsatzbereit. Genau, der ist weg. Raketentrupp einsatzbereit. Einheit wird angegriffen. Raketentrupp einsatzbereit. Infanterie-Trupp. Positiv. Los geht's. Raketentrupp einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Wird repariert. Was aber nicht bei den Kampfkreis. Ankreis. Mach zu klart. Raketentrupp einsatzbereit. Schwerbe 3. Hup du. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Gut. Raketentrupp einsatzbereit. Also ich versuche ungefähr so zu bauen, wie ich das in der ersten Aufnahme, wo ich jetzt gemacht habe. Pitbull ist einsatzbereit. Ungefähr. Wird gebaut. Wird gebaut. Auf Empfang. Bau abgeschlossen. Okay. Feindliche Einheiten in sich. Panzer Division auf. Unser Basis wird angegriffen. Oh mein Gott. Einheit befördert. Wird repräsentiert. Wird gebaut. Ah, jetzt kommt der hier aber mit Einheiten. Ohne Tigerion-Belastung. Worauf warten wir? Krass. Warten auf Einsatzbefehl. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Ah ne, ich hab ja hier schon ein Gefäßststand. Oder? Ne. Wird gebaut. Doch, doch. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Feindliche Einheiten in sich. Sammler wird angegriffen. Warten auf Einsatzbefehl. Hey. Lass mal sammeln. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Einheit verloben. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Oh, Junge, gehst du mir um die Sacke? Warten auf Einsatzbefehl. Borka bereit zum Abheben. Ja, auch nicht senken. Wird gebaut. So, sind meine Ricks fertig. Ricks bereit. Yo. Borka bereit zum Abheben. Bringen wir es hinter uns. Bau abgeschlossen. Wo werden wir gebraucht? Wo sollen wir hin? Defensivsysteme aufgeladen. Borka bereit zum Abheben. Bringen wir es hinter uns. So. Rick bereit. Und los. Äh, ja. Borka bereit zum Abheben. Okay. Feindliche Einheiten in sich. So, jetzt aber. Defensivsysteme aufgeladen. Verlieren wir keine Zeit. Wo sollen wir hin? Ähm. Bringen wir es hinter uns. Okay. Jetzt muss ich nur. Ein Platz. Hohi Tiberium, wenn es du. Einheit wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Oh, scheiße. Hier, Juggernaut. Ja, ihr seht richtig. Die haben jetzt auch ein Schutzschild. Rick bereit. Wo werden wir gebraucht? Na, wo kann ich... Bringen wir es hinter uns. Okay. Stationieren. Hier. Wird repariert. Entschuldigung. Bauarbeiten laufen. Ruhe Tiberium Belastung. Neue Bauoptionen. Koordinaten. Raketen bereit. Vorsicht. So. Wird gebaut. Feindliche Einheiten in sich. Einheit wird angegriffen. Joa, hast ja recht. Wird repariert. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Einheit befördert. So. Wird gebaut. Ja, also die Aliens sollte man nicht unterschätzen. Ja, also die Aliens sollte man nicht unterschätzen. Was jetzt? Bau abgeschlossen. Upgrade abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Wo geht's denn? Aufwärtig. Bauoptionen. Wird gebaut. Sehr gut. Sehr gut. Bau abgeschlossen. Gut. Wird gebaut. Das kann ich auch noch bauen. Wird gebaut. Aufwärtig. Abgeschlossen. Ausbildung. Ausbildung. So. Abschützung Team. Wo werden wir gebaut? Die drei sind nur erstmal zur Verteidigung da. Feindliche Einheiten in sich. Bau abgeschlossen. Ist ja gut. Alter. Wird gebaut. Und ja, jetzt kann ich auch das Ion-Kanon-Und-Tolz-Nast-U-Bauen. Sehr gut. Einheit befördert. Bringen wir es hinter uns. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wird gebaut. Ich weiß gar nicht, was kann eigentlich das Datalin abbringen? Bau abgeschlossen. Ja, ja. Bau abgeschlossen. Das ist sehr weit. Das ist sehr weit. Mit Wiesel. So. Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Upgrade abgeschlossen. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit verloren. Einheit verlor. Jetzt gibt es ja barf, ja. Mobile Artillerie. In Bewegung. Wird repariert. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Ich habe ihre Code. Wird gebaut. Oh mein Gott. Einheit wird angegriffen. Scheiße. Juggernot. Wo saubert sie du? Hat er hier meinen Rick zerstört, ey. Juggernot bereit. Einheit besäubert. Mammut einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Lasst ihn nicht aus dem Dienst. Okay. Ja, jetzt mal die da. Meine Befehle. Einheit geborgen. Bin unterwegs. Scheiße, ey. Juggernot erwartet Befehle. Ja. Okay. Ich bin da. Bin unterwegs. Einheit wird angegriffen. Kommt mir bekannt vor. Mammut-Panzer. Brücke vor. Ich brauche ganz dringend ein Rick. Ausgeben. Juggernot erwartet Befehle. Hier ist Juggernot. Ich habe hier Rekord. Feindliche Einheiten in sich. Unbesiegbar. Einheit wird angegriffen. Mammut-Panzer bereit. Also dem brauche ich auch nicht. Bin unterwegs. Koordinaten. Warten auf Einsatz. Rigg bereit. Und los. Unsere Basis wird angegriffen. Okay. Wird repariert. Wird repariert. Wird repariert. Oh mein Gott. Defensivsysteme aufgeladen. Wird riechen halten in sich. Einheit wird angegriffen. Einheit verloben. Kuckuck. Bereit. Ja, Sir. Meine Befehle. Ja, Sir. Yo. Ich bin da. Bin unterwegs. Unsere Basis wird angegriffen. Oh, scheiße. Einheit wird angegriffen. Ähm. Kacke. Ich weiß zwar nicht, ob das klappt. Natürlich nicht. Einheit wird angegriffen. Raketentrupp einsatzbereit. Commander. Scheiße. Bereit für Angriff. Raketentrupp einsatzbereit. Einheit verloren. Macht sie fertig. Raketentrupp einsatzbereit. Oh, nee. Jetzt kommt der hier mit den scheiß Schlagschiffen. Raketentrupp einsatzbereit. Das gibt's doch. Ja, Sir. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Feuer frei. Einheit wird angegriffen. Raketentrupp einsatzbereit. Haben Feindkontakt. Raketentrupp einsatzbereit. Vorsicht. Oh, der leckt mich am Arsch. Samuhr wird angegriffen. Wird gebaut. Raketentrupp einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Okay, das muss ich jetzt alles reparieren. Raketentrupp einsatzbereit. Wird repariert. Wird repariert. Holt sie euch. Feindliche Einheiten in sich. Gott, Hilfe. Wird gebaut. Hoffentlich kommt der nicht nach Bad mit so viel. Einheit verlogen. Äh. Siegt näher das Spielgebiet. Raketen bereit. Vorsichtig. Ich sag's mal. Wir müssen näher ran. Angepositiviert. Bau abgeschlossen. Ah. Wir haben sie. Macht sie fertig. Feuer. Wir haben sie. Einheit wird angegriffen. Ziel wählen. Roger. Bongo unterwegs. Diese Basis wird angegriffen. Ziel wählen. Verstärkung bereit. Der geht mir auch sehr zack, zack, zack. Was jetzt? Na los, Männer! Ziel wählen. Nähere mich der Landezone. Ja, klasse. Wollen wir mal zur bereit? Tick, fertig. Einheit wird angegriffen. Unsere Befehle? Einem Unternehm. Unsere Basis wird angegriffen. Wie ist das? Wem sollen wir neutralisieren? Oh, geht's nicht mehr auf den Sack, ey. Na, genau vor uns. Komm schon. Los. Wir sind unterwegs. Einheit wird angegriffen. Wird repariert. Verstärkungen bereit. Sind unterwegs. Alles klar, Boss. Oh, okay. Ich hab's begriffen. Feindliche Einheiten in sich. Ausgebung. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Ziel wählen. Einheit wird angegriffen. Boah, die gehen wir auf den Sackladen. Okay. Oh, die gehen wir auf den Sackladen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Mammut einsatzbereit. Wir holen sie uns. Und los. Mammut einsatzbereit. Bringen wir es hinter uns. Jagdsaison. Verstärkung. Boah. Und da hinten ist auch noch ein Schlachtlatschen. Kein Problem. Mammut einsatzbereit. Einheit verloben. Mammut einsatzbereit. Zentralen bereit. Feindliche Einheiten in sich. Sammler wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Meine Fresse. Ist es jetzt gut langsam. Mammut einsatzbereit. Mammut einsatzbereit. Äh, wie viel liegen jetzt hier? Ich glaube nur einer. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Ich habe Ihren Code. Wird gebaut. Unsere Basis wird angegriffen. Wird repariert. Einheit wird angegriffen. Mammut einsatzbereit. Mammut einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Wie geht's los 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 los. Mammut einsatzbereit. Mammut einsatzbereit. Das gibt es nicht. Die haben so eine Reichweite, ey. Das ist unglaublich. Wird gebaut. Die haben noch nicht genug. Die haben noch nicht genug. Bin unterwegs. Juggernaut erwartet Befehle. Die haben noch nicht genug. Die haben noch nicht genug. Juggernaut erwartet Befehle. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Oh mein Gott. Ziel wählen. Bau abgeschlossen. Verstärkung. Verstärkung. Ich ehre mich der Landeszone. Ziel wählen. Auf Sie. Juggernaut erwartet Befehle. Och ne. Ist gut das schon wieder. Unsere Basis wird angegriffen. Juggernaut erwartet Befehle. Das gibt es nicht. Wird repariert. Einheit verheben. Jawohl. Feuer frei. Das gibt es nicht. Quatsch! Das ist ein Schwerbeschiff. Nichts kann uns stoppen. Ziel wählen. LZ in Sicht. Auf sieh! Die gehören mir! Bund besiegbar. Los geht's! Unsere Basis wird angegriffen. Wir haben doch nicht genug! Na genau vor uns! Einheit wird angegriffen. WMT erwartet Befehle. Haltet durch! Ingenieur einsatzbereit. Das kommt wie gerufen. Wird gebaut. So! Bereit! Meine Befehle! So! Jetzt greif ich mehr! Ja, Sir! Verstärkung gehört! Nähere mich! Bau abgeschlossen! Ja, Sir! Los geht's! Nähere mich! Los geht's! So! Einheit besorgt! Völlige Überlegenheit! Einheit verloren! Scheiße! Ich habe ihr Rekord! Den zeigen wir! So! Yeah! Feindliche Einheiten in sich! Oh, Junge! Die Basis wird angegriffen! Geht los rein! Wird repariert! Wird repariert! Auf zur Front! Nähere mich! Greife an! Los geht's! Einheit wird angegriffen! So! Unaufhaltsam! Nähere mich! Auf dem Weg! Feindliche Einheiten in sich! Greife an! Ja, Sir! Das war klar! Das war sowas von klar! Los geht's! Greife an! Einheit wird angegriffen! Los geht's! Auf dem Weg! Also wenn er wirklich drei Stützpunkte hat, dann... Mammutpanzer bereit! Feindliche Einheiten in sich! Einheit verloren! Oh, zwei! Brücke vor! Alles bereit! Ich bring das Ding zum Laufen! Meine Befehle! Einheit wird angegriffen! Ach ja, da war ja was! Wenn die Dragunauts zerstehen, dann ist das genauso wie bei den Tripods. Die kann man auch wieder... Alles bereit! Äh... ...bärten! Ausbildung! Einheit geworden! Worauf warten wir? Unterwegs! Workar aktiviert! Ich kümmer mich um alles! So! Das kommt wie gerufen! Bereit! Unaufhaltsam! Bin unterwegs! Jetzt bin ich mal gespannt, ob der hier oben wirklich einen Stützpunkt hat... Einheit wird angegriffen! Ja, Sir! Feindliche Einheiten in sich! Unsere Basis wird angegriffen! Nähere mich! Ja, Sir! Okay! Bin unterwegs! Einheit geworden! Los geht's! Nähere mich! Greife an! Oh, ja! Los geht's! Greife an! Los geht's! Greife an! Jetzt ein Stützpunkt schon... äh... zerstört, dann habe ich schon ein bisschen mehr Ruhe! Greife an! Los geht's! Feindliche Einheiten in sich! Nähere mich! Los geht's! Feindliche Stützpunkt in sich! Neues Bonus-Ziel! Dieser Stützpunkt produziert primär Bodenfahrzeuge! Zerstören Sie ihn! Oh, ja! Lieb gerne! Lieb gerne! Nähere mich! Los geht's! Wow! Aber eine gute Verteidigung! Und nähere mich! Was ist das? Nee! Du sollst erst mal repariert werden! Auf zur Front! Greife an! Nähere mich! Los geht's! Nähere mich! Los geht's! Auf Sie! Auf Sie! So! Okay! Auf Sie! Nähere mich! Nähere mich! Anst... Greif! Anst... Dr... Ach... Anst... 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 Einheit wird angerichtet! Anst... Land! an der rückseite des alien hauptstützpunkt geordet ich bin ja gerade dabei also ich bin hier dabei gut also von hier oben habe ich schon mal ruhe das ist sehr gut ich konnte wieder bergen aber das muss jetzt nicht unbedingt sein einheit befördert einheit wird angegriffen reparieren das ist jetzt ein muss unsere satelliten haben eine massive energiefluktuation an der rückseite des alien hauptstützpunkt geordet zerstören sie das alien mutterschiff das ist auch ein sehr eine sehr starke einheit warum wurde das jetzt wieso wurde das jetzt nicht erreicht ich habe das doch zerstört ja das mutterschiff kommt jetzt zu mir wie soll ich das mutterschiff also ihr seht ja es bewegt sich sehr langsam aber stark es ist wirklich sehr stark wenn es mal so wenn jetzt das mutterschiff hier bei meinem war fahrzeug also war jetzt genau so ein großer enormer schlag so kann man es am besten vergleichen raketentrupp einsatzbereit raketentrupp einsatzbereit so raketentrupp einsatzbereit ziel wählen ziel wählen ziel wählen ziel wählen ziel wählen jawohl pittwoll ist einsatzbereit wird gebaut pittwoll ist einsatzbereit perfekt bau abgeschlossen einheit wird angegriffen pittwoll ist einsatzbereit mammutpanzer bereit hier juggernaut die haben uns zielgebiet hier pittwoll salz männer zeig sie ihnen los 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 truppentransporter pass jetzt holen wir sie uns los vorwärts unbesiegbar rücke vor ich versuche jetzt mit mammutpanzern das mutterschiff zu zerstellen das mutterschiff hat natürlich eine enorm gute verteidigung also das dauert auch ein bisschen bis das zerstört wird ich hoffe dass ich das noch rechtzeitig schaffe bin unterwegs schreibt dass die jaggernauts auch keine luftanheiten fange vor los geht's jawohl ja ihr seht wie lange das jetzt dauert macht sie fertig ich hoffe ja nicht dass du jetzt auf den trechter kommst einheit verlobt hier meine einheiten zu zerstören mit dem mutterschiff ich glaube nicht gut verstärkungen bereit und zerstört einheit besördert bonus ziel erreicht bambo drückt vor so dann müssen wir hier unten noch rein das ist jetzt gut sein auf dem weg mal mammutpanzer bereit mammut rückworn ich schau einfach mal so meine ion kanone ist auch gleich wieder einsatz bereit auf dem weg sehr gut brücke vor unaufhaltsam ja das kletter ist jetzt nicht sehr feindliche stützpunkt in sich ja verstärkungen bereit ok dann wollen wir gleich nochmal zerstören dieser stützpunkt der aliens produziert primär lufteinheiten er muss zerstört werden ich bin dabei was zum teufel ist das sieht aus wie ein herzlich begrenzter ionsturm aber das ist unmöglich sagt das den aliens jetzt nähere mich freundliche einheiten in sich los geht's löscht sie aus einheit gefördert jawoll mammut rückt vor macht sie platt gut dann haben wir den stützpunkt auch schon zerstört nähere mich bonusziel erreicht macht sie fertig feuer geheimdienstdaten aktualisiert ich hoffe ja dass er mich jetzt äh nicht mehr in den lufteinheiten nähere mich verstärkungen bereit los geht's feindliche stützpunkt in sich das ist was sie gerade die sammler haben schweizschild ist ja etwas unaufhaltsam perfekt mammut rückt vor gut richtung haupt stützpunkt von den aliens ich komme rück rück in wenigen sekunden kann ich auch die ion kanone wieder aktivieren das ist sehr gut rück rück dann setze ich die nochmal gleich ein dann setze ich die nochmal gleich ein greife an bin unterwegs perfekt auf dem weg ja da ist ein tiberium turm aber den bräuch ich jetzt einfach gut zu suchen das brauche ich nicht unbedingt das brauche ich nicht unbedingt oh oh einheit wird angegriffen einheit verloren ich komme greife an rücke vor bin unterwegs feindliche stützpunkt in sich los geht's die jungen kamen überdreht nähere mich äh ziel wählen ja klar wir haben das alien hauptfazier geortet wir werden jetzt angreifen jawoll auf dem weg los geht's einheit wird angegriffen feindliche stützpunkt in sich ich bin mal gespannt ob ich greife an den ich so auf direkt mir sehen kann ich überrollt sie greife an los geht's einheit befördert greife an einheit verloren das war klar einheit wird angegriffen drückte vor näher wenn mich gehen los geht's einheit befördert einheit befördert was für ein spaß jawohl das war es nähere mich auf dem weg ich bin unterwegs einheit wird angegriffen und in sich unsere basis wird angegriffen hier hier vorwärts da wird er weit meine befehle reife an raketen bereit wir müssen näher ran sind gleich in reichweite wir müssen der ausstieg bereit machen unsere basis wird angegriffen wird repariert mammut panzer los geht's ziel b lehre mich der landezone wmp erwartet befehle bereit hier meine befehle auf sie was für spaß nähere mich los geht's so hat es jetzt bereit feuer feindliche stützpunkt in sich was für spaß wird repariert wird repariert feindliche einheit 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 befördert. Was für ein Spaß. Los geht's. Greife an. Ziel B. Auf Sie. Ziel B. LZ in Sicht. So. Mach sie fertig. Rücke vor. Unaufhaltsam. Überrollt sie. Löscht sie aus. Was für ein Spaß. So. Jetzt haben wir es. Mammutpanzer. Bereit. Los geht's. Gewollt. Einheit wird angeblüht. Völlige Überlegenheit. So. War das jetzt das Erste. Geheimdienstdaten aktualisiert. Unbesiegbar. Runter von meinem Planeten, ihr verdammten Aliens! Ja. Also zumindest war das jetzt das Leben. Die Invasoren planen offensichtlich nicht die Eroberung unserer Städte. Im Gegenteil, sie errichten massive Gebäude in den roten Zonen. Sie unterbinden alle Versuche, sie bei ihren Aktivitäten zu stören. Mit äußerster Gewalt. Unsere Expertin für diese Gebäude ist Dr. E-Mail Ibrahim, die Leiterin des Future Tech Labors der GDI. Zuerst einmal, Dr. Ibrahim, meinen Glückwunsch zu Ihrer Flucht aus München. Danke, William. Es war mehr als grausam. Das kann ich mir vorstellen. Nun, was sind das für Türme in den roten Zonen? Alles, was diese Invasoren machen, hat ausnahmslos mit Tiberium zu tun. Sie nutzen diese grünen Kistalle in einer Weise, die wir uns kaum vorstellen können. Wir sind davon überzeugt, dass Sie das Tiberium für Ihre Fahrzeuge und Waffen einsetzen und die Türme aus einem Tiberium-Verbundstoff bestehen. Die Antwort, was mit den Türmen bezweckt wird, wir haben nur Theorien. Faszinierend. Was sind das für Theorien? Es könnten vielleicht Tiberium-Raffinerien sein, Waffensilos, ja sogar ein Planetenvernichtungssystem. Wir müssen näher ran, wir haben nicht genug Informationen. Das ist nicht leicht, oder? Sie sagen es. Danke, Dr. Ibrahim. Für welchen Zweck Sie auch sind. Ich denke, wir können eines sicher sagen, diese Türme dienen nicht dem Wohle der Menschheit. Akt 5. Ne, dann war es doch leider noch nicht das letzte Level. Commander, es ist kaum zu glauben, aber alle Daten weisen darauf hin, dass die Angriffe auf unsere Städte nur vom eigentlichen Ziel der Invasoren ablenken sollten. Dem Bau dieser Türme. Wir wissen nichts über Sie, aber Sie müssen vor Fertigstellung zerstört werden und dann kommen Sie ins Spiel. Lieutenant? Der größte Turm, der in Kürze fertig sein wird, steht in Italien, wo dieses Tiberium-Chaos vor 50 Jahren anfing. Das wird kein Spaziergang. Aber wenn Sie dieses verdammte Ding einnehmen, fallen die restlichen vielleicht wie Dominosteine. Kursi erklärt Ihnen alles Weitere. Beweisen Sie der Welt, dass die Alien-Türme nicht unantastbar sind, indem Sie den Turm in Rom zerstören. Ich hoffe für uns alle, dass es die letzte Mission ist. Na gut, eine steht fest. Der Turm der Invasoren steht außerhalb der Stadtgrenzen von Rom. Soweit wir wissen, ist er schon fast fertig. Schlimmer ist, dass die Invasoren offensichtlich in der Nähe an einer Art Superwaffe bauen. Aber das darf sie nicht ablenken. Sie konzentrieren sich auf den Turm. Er ist mit einer Art Phasentechnologie gesichert. Unserer Meinung nach wird das Energiefeld des Turms deaktiviert, wenn alle drei Phasengeneratoren zerstört sind. Sobald die Generatoren ausgeschaltet sind, können Sie den Turm mit unserer Ionenkanone angreifen. Viel Erfolg, Commander. Vielen Dank, Kursi. Okay, alles klar. Dann wissen wir zumindest, was wir in der nächsten Aufnahme machen müssen. Oh, es wird Zeit, die roten Zonen anzugreifen und die riesigen Türme zu zerstören. Die die Invasoren errichten. Das Oberkommando will nicht warten, bis wir den Zweck dieser Türme erfahren. Wir werden sicher nicht davon begeistert. Sie sind sozusagen der Testballon. Scheißen Sie den Turm in der Nähe von Rom aus. Wir setzen Sie in der Italienischen Roten Zone ab. Sie bereiten sich hinter einer Tiberium-Schlucht, die nicht mit der Landmasse verbunden ist, auf den Angriff vor. Nutzen Sie diesen natürlichen Schutzwall und setzen Sie Jetpacks, Transporter und Flugeinheiten ein, um die Schlucht zu überqueren und weitere Basen zu errichten. Unsere Scanner melden im Zielgebiet mehrere lokale Anomalien. Darüber hinaus rücken die Aliens in erschreckend hoher Zahl in die Region vor. Zu allem Überfluss hat Nord im Zielgebiet einen Stützpunkt errichtet. Angesichts der Unberechenbarkeit der Bruderschaft, seit der Ankunft der Invasoren sollten Sie auf alles gefasst sein. Die Situation ist verrückt und wird von Minute zu Minute verrückter. Ach du Scheiße, sag bloß, ich habe jetzt zwei Gegner am Hals. Nord und die Aliens. Neue Bauoptionen. Das wäre aber scheiße, wenn ja. Initialisiere Video-Uplink. Commander, wir haben keine Chance die Türme zu zerstören, solange die Phasengeneratoren nicht zerstört sind. Eliminieren Sie sie und dann jagen Sie den Turm mit der Ionkanone in die Luft. Empfange Nachricht. Der Alien-Turm ist durch eine Anzahl von Phasengeneratoren gesichert. Wir müssen sie zerstören. Der Alien-Turm ist verwundbar, sobald wir die Phasengeneratoren deaktiviert haben. Wir müssen ihn zerstören. Okay. Wow, ist der große, alter Falter. Geheimdienstdaten aktualisiert. Okay. Okay, mein Lieben, aber ich würde mal sagen, das werden wir dann erst in der nächsten Aufnahme dann erleben. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zugucken und wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Aufnahme uns wieder. Und ich glaube, dieses Level ist jetzt das letzte Level, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Von der GDI zumindest. Und ja, dann beginnt auch schon bald die Nord-Kampagne. Okay, mein Lieben, dann verabschiede ich mich erstmal, wünsche euch natürlich einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Comed and Conquer 3 Tiberium Wars. Bis bald. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.